Herzlich willkommen zum Latecast, meine Damen und Herren. Hier sind Ihre Moderatoren Arvid und Silas. Hallo und herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Heute zur ersten Ausgabe des neuen Podcasts hier auf SICK, beziehungsweise des neuen alten Podcasts, der Latecast. Eigentlich sind wir uns noch gar nicht so sicher, wie wir den nennen, aber erstmal heißt er jetzt Latecast in dieser Debatte. Und natürlich habe ich meinen alten Kompagnon dabei und wir reden heute wieder, einfach mal ganz gemütlich hier. Wir können ja erst mal unsere riesige Odyssee erzählen, wie wir überhaupt zu dem Namen gekommen sind. Ja, wir haben jetzt gebrainstormt. Eigentlich im Großen und Ganzen, das ist relativ uninteressant, aber was ich relativ lustig fand, was wir vielleicht noch erwähnen sollten, ist, wie manch eine deutsche Late-Night-Show heißt. Ach ja, stimmt, das habe ich jetzt aber schon geschlossen. Oh Mann, schade. Wie war es irgendwie? Warte mal, das finden wir wieder. Nein, wir müssen das Original vertonen. Du kannst ja währenddessen schon mal ein wenig die Leute einstimmen auf den heutigen Tag. Und ich starte schon mal hier meine internen Uhr, damit wir, denn einiges ist anders. Ja. Wir, meine lange Follower von uns werden das ja jetzt schon kennen, wie das hier so ein bisschen läuft. Wir quatschen einfach über diverse Iterationen und haben das jahrelang unter dem Namen Random Talk verkauft. Ja, aber wir haben uns gedacht, wir ziehen ihn jetzt mal neu auf hier, so ein bisschen. Weil der war schon ein bisschen angestaubt, wir haben den schon länger nicht mehr benutzt, den Random Talk. Ah ja, genau. Ich zitiere von Wikipedia, ja. Wir haben uns so ein bisschen umgeschaut, was gab es überhaupt so für Late-Night-Shows über die Jahrzehnte hinweg im Fernsehen. Ja, und natürlich kennen ja viele dann auch Harald Schmidt. So kennt man ja. Das ist eine Größe im deutschen Fernsehen. Aber dann waren da so Sachen hier auf Wikipedia wie Einzelnachweise, Juwelen des Fernsehens, Schmidt einander. Oder. Ich glaube, das sind aber eigentlich eher Artikel, genau. Das hier ist ein Artikel aus dem Spiegel gewesen damals. Achso. Pleite für Sat.1. Harald will nicht mehr Schmidt spielen. Und ich denke mir nur so, hm, okay, fancy Wortspiele haben die mal wieder am Start. Ja. Aber ja, ich muss sagen, es hat sich viel angestaut. Wir haben das jetzt länger nicht mehr gemacht so. Und irgendwie gehört das ja doch so ein bisschen dazu. Und wir wollten ja eigentlich mehr Themen machen. Ja, ursprünglich wollten wir ihn eigentlich gar nicht mehr machen. Weil wir uns gedacht haben, hm, schaut sich ja irgendwie eh fast nie jemand an. Und bla. Aber wir haben dann festgestellt, dass er uns fehlt. Ja. Und es gab auch wenige Stimmen, die sogar gesagt haben, habe ich mir eigentlich immer gerne angehört. Oh Gott, aber schon. Und ja, deswegen haben wir beschlossen, das jetzt immer mal wieder doch zu machen. Ja. Nur ein klein wenig anders halt. Ja. Aber so im Prinzip ja. Und was mir halt aufgefallen ist, ich will das mal ansprechen. In dieser Zwischenzeit bin ich viel gependelt, weil ich jetzt umgezogen bin nach Münster und so weiter. Beziehungsweise noch nicht ganz umgezogen bin, sondern halb umgezogen bin. Aber ich musste da eine Wohnung suchen. Das heißt, ich bin viel hin und her gefahren mit dem Zug und habe dann auch selber mal wieder etwas aktiver Podcasts gehört. Es gab jetzt nämlich auch die ganzen Rocket Beans Podcasts und so auf Spotify. Aber das ist gar nicht der Punkt. Denn der ehemalige Radio 1 Podcast von Oliver Schulz und Jan Böhmermann ist auf Spotify umgezogen. Heißt jetzt fest und flauschig seit einer Weile natürlich schon. Das ist jetzt schon bei Folge. Keine Ahnung. Ich glaube, da haben wir darüber nicht sogar im letzten Random Talk gesprochen gehabt. Ich weiß es nicht. Aber ich möchte jetzt nochmal den Vergleich aufstellen, weil mir das ist, keine Ahnung, das ist mir aufgefallen. Die machen das ja auch schon seit, also lange haben die es ja im Radio schon gemacht und bla. Und mir ist jetzt erstmal aufgefallen, wo ich dann wirklich das mal aktiver auch gehört habe. Erstmal ist das sehr entertainend natürlich. Einfach so ein bisschen im Zug tun, das zu hören. Und wenn ich jetzt gleich wieder zurück pendle, werde ich mir auch wieder die neueste Folge, die wir dann heute rausgekommen ist, mal anhören. Aber Punkt ist, wir machen eigentlich genau dasselbe wie wir. Wir sind ja auch einfach drin und erzählen einfach. Wir sind halt hier einfach Genre definierend. Ja, ja. Ne, ja, ich glaube halt, das Ding ist, wir wussten das ja nicht. Aber eigentlich haben wir dann genau dasselbe angefangen zu machen. Aber, ja, ist ja auch egal. Blasphemie, wir waren viel, viel früher dran. Klar, wir waren viel früher da. Genau. Ja, das Internet gehörte schon lange uns, da sind die jetzt erst bei Spotify gekommen. Ich möchte gar sagen, wir haben uns das Internet ausgedacht. Ja. Ja, genau. Wir haben das Leben von Millionen von Menschen verändert. Wenige wissen das. Naja. Egal. Ja, viel, viel passiert. Und der letzte ist echt schon eine Weile her, mein Gott. Tatsächlich, ja. Ich kann ja mal anfangen, was ich noch unbedingt loswerden wollte. Weil ich habe ja momentan, momentan ist ja einiges los. Allererstes kann ich mal anfangen, wie ich es überhaupt verkackt habe. Und zwar muss ich von meinem Studium aus eine Vorpraxis machen, eine sechswöchige. Die sollte, wie der Name schon sagt, theoretisch eigentlich schon vor dem Studium geschehen sein. Aber da natürlich meine Praxis aus der Voss irgendwie nicht anerkannt wird, weil die eigentlich nie irgendwo anerkannt wird und komplett sinnlos ist, was ich auch schon öfters gesagt habe, egal. Habe ich das natürlich nicht. Und deswegen muss man, die kann man aber nachreichen bis zum dritten, bis zum Ende des dritten Semesters oder Anfang des viertens. Ich weiß es nicht mehr. Sonst kann man nicht weiter studieren. Ja. Egal. Auf jeden Fall macht man das natürlich Schlaues in den Ferien, weil, ja, da gibt es Sinn. Ich habe mich natürlich mal wieder nicht nach einem Praktikumsplatz umgesehen. und dann habe ich es in den Sommerferien nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, oder ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich hatte einfach nur irgendwie keinen Bock. Ja, das Semester, bla halt. Für mich ist es immer noch die Sommerferien. Vorlesungsfreie Zeit. Ich sage auch immer noch Schule. Ferien hat ein Student nicht. Es ist wurscht. Egal. Auf jeden Fall habe ich es dort nicht gemacht. Dann habe ich mir gedacht, ja, scheiße, jetzt musst du es während dem Praktikum machen, weil sonst fail. Ich sage dann während dem Praktikum. Ich meine, natürlich während der FH. Ja. Natürlich habe ich vergessen, dass ich noch andere Semesterferien habe. Also ich wusste, dass ich noch andere Semesterferien habe. Nämlich natürlich die zwischen dem dritten und dem vierten Semester. Aber was ich nicht wusste, ist, dass die auch sechs Wochen lang sind. Und ich dort einfach natürlich hätte mein Praktikum machen können. Und somit habe ich momentan riesiges Chaos, weil ich habe ja auch noch so einen Schülerjob. Den mache ich jetzt immer samstags. Momentan habe ich dann unter der Woche immer mein Praktikum. Und ab und an, wenn ich es irgendwie entbehren kann, fahre ich dann halt auch noch in die FH. Du hast doch keine Präsenzzeiten. Wie, was? Also, du hast ja keine Präsenzzeiten, wo du kommen musst, keine Pflichtveranstaltungen. Ja, eben schon. Deswegen muss ich da zum Teil sein. Aber vor allem dieses Jahr ist es behinderter oder dieses Semester vielmehr, weil wir deutlich mehr haben als irgendwie letztes Semester. Letztes Semester hatten wir gefühlt halt so maximal eine pro Woche, wenn überhaupt, eigentlich weniger. Und dementsprechend wenig bin ich auch gekommen. Aber dieses Jahr haben wir irgendwie so voll viel Praktika und Zeug und da müssen wir halt so Praxisstunden und da sollen wir immer da sein. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das so irgendwie regle. Weil, naja, egal. Okay. Aber darauf wollte ich eigentlich auch nicht hundertprozentig hinaus oder nicht genau darauf, sondern eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass ich da momentan eben in meinem Praktikum bin und dort jetzt seit Ewigkeiten ein Mac nutze, tatsächlich mal. Also ein Apple Macintosh. Wo ich ja sonst eigentlich persönlich nicht so der Fan bin von. Also ich finde die Geräte nicht schlecht. Ich habe nichts gegen Leute, die sie verwenden. Aber für mich persönlich wäre es aus diversen Gründen nichts. Aber was ich unglaublich lustig finde, tut sich ja viel mit der, also die Steuerung-Taste, die bei Windows ja sehr wichtig ist, ist bei Mac die Command-Taste, wenn man so möchte. Und die ist dort, wo bei Windows Alt und Alt-Grade ist. Und normalerweise ist man es gewohnt, unter Windows zumindest, ohne auf einer deutschen Tastatur, mit Alt-Grade und Q ein Ad-Zeichen zu machen. Bei Mac ist es dann aber folglich natürlich Command und Q. Und Command und Q ist der Befehl, um ein Programm zu schließen. Was natürlich sehr nice ist, weil jedes Mal, wenn ich ein fucking Ad machen will, schließe ich das Programm. Ich könnte kotzen. Ja, das war's schon. Okay. Das fand ich lustig. Weißt du, gefühlt es so, wie es hätten sich gedacht, als wollten sie Windows-Nutzer aufregen oder so. Ich meine, im Großen und Ganzen wird es das nicht sein, weil ich glaube, das Ad ist auf der englischen Tastatur auch irgendwo ganz woanders wieder. Und es nur auf der deutschen Tastatur, glaube ich, auf Q. Aber Gott, ist das nervig. Okay. Ja, keine Ahnung. Bei mir, ich bin ja jetzt umgezogen, beziehungsweise immer noch nicht. Also ich wohne ja aktuell, das ist ja die einzig lustige Geschichte oder die wirklich lustige Geschichte. Ich habe ihn ewig gesucht in Münster, so Wohnungen suchen und so. Vor allem jetzt so in der Zeit halt, wo dann viele, die dann neu anfangen zu studieren, halt dann auch suchen. Ist halt sehr nervig. Also, keine Ahnung, ich bin andauernd dahin gefahren, man hat irgendwann, also man hat wirklich gemerkt so, okay, ja, ich habe noch zwei Monate, bis das anfängt. Gut, schreibe ich jetzt mal die WGs an, die mir sympathisch sind, wo ich sage, ja, okay, sind gut. Und dann, die Ansprüche haben sich immer mehr, sind immer mehr gesunken. So, weil wir dann einfach alle irgendwie so, ja, ich bin Zwischenmiete für zwei Monate weg, vielleicht kann ja jemand rein, sofort angeschrieben, so ungefähr. Es ist, ja, die Ansprüche sind sehr stark gesunken. Letzten Endes habe ich dann einen Platz in einem Wohnheim, das ist nicht mal ein Studentenwohnheim, sondern ein Wohnheim für Studenten und Leute, die halt nicht so viel verdienen oder Azubis oder was auch immer, sowas halt, bekommen. Ding ist jetzt, es ist nicht zum 1.10., sondern halt zwischen dem 27.10. und dem 7.11., wo man sich erstmal denkt so, ja, ich würde schon gern ein genaues Datum haben, weil, ne, wäre halt schon gut. Und jetzt bin ich aktuell zum Glück noch bei Freunden von meinem Bruder untergekommen. Und der Clou der Story ist jetzt, dass es relativ lustig ist, weil das ist ein Paar halt so und sie ist Bloggerin. Was? Okay. Modebloggerin und hat irgendwie 100.000 Follower auf Instagram und shit und ist so voll krass unterwegs. Und jetzt wohne ich da und die sind halt im Urlaub und ich wohne allein in der Wohnung und das war auch so voll so, ja, ich dachte, okay, dann meinen die so, das kannst du machen, das nicht und bla und überhaupt. Am Ende lag da halt nur so ein Zettel bei denen in der Küche. Ja, hey, gieß die Blumen mal alle drei Tage, okay, bis dann. Und ich so, okay, I take it. Und die Wohnung ist super nice, wirklich, und auch perfekt gelegen, direkt in der Innenstadt irgendwie. Alter, okay. Und die Uni ist halt irgendwie, mit dem Fahrrad brauche ich drei Minuten oder so. Das ist halt schon praktisch, wobei, es ist ja keine Campus-Uni, also zu meinen Uni-Gebäuden, sagen wir so. Ja. Und das ist halt schon ganz nice. Und wenn ich dann umgezogen bin in das Studentenwohnheim, es ist ja kein Studenten in das Wohnheim, dann muss ich immer mit dem Bus tatsächlich oder mit dem Fahrrad fahren, das dauert so 25 Minuten. Oh nein. Das ist halt schon, ja, es geht halt schon so. Oh nein. Aber es ist halt trotzdem deutlich, deutlich weniger nice, als jetzt in der Innenstadt zu wohnen. Und das Geile ist. Ich habe richtig Mitleid. Ich habe nur vier Stunden Fahrtweg hin und zurück. Ja, warum ziehst du eigentlich nicht um? Weil Ingolstadt tatsächlich auch gar nicht mal so einfach ist. Habe ich zumindest gehört, ich habe mich selbstverständlich noch nicht umgeschaut. Ja, aber dann, woher spielst du jetzt schon seit einem Jahr? Ja, aber erstens ist es nicht so einfach, zweitens ist es teuer und dann müsste ich mir dort erst einen neuen Job suchen. Alles drei Sachen, auf die ich keinen Bock habe. Ja. Ne, für mich ist Pendeln gar nichts. Das hat mir schon gereicht, irgendwie die paar Wochen da irgendwie fast teilweise jeden Tag da hinzufahren und dann abends wieder zurück. Und dann so, das ist keine Ahnung, da geht so viel Zeitpunkt drauf irgendwie. Dementsprechend fand ich das relativ nervig. Und die Fahrt ist so anderthalb bis ein Dreiviertelstunde, so von Düsseldorf nach Münster und halt dann zurück auch nochmal. Also, keine Ahnung. Ich persönlich finde Pendeln nicht so schlimm. Das einzig wirklich Schlimme an Pendeln ist meines Erachtens das Frühe Aufstehen. Aber ansonsten, speziell wenn du halt mit dem Zug pendelst und dort lange drin bist und normalerweise sind die jetzt nicht, also zumindest dort, wo ich immer gependelt bin auf der Strecke, waren die nicht so voll, dass du keinen Sitzplatz bekommst. Und dann setze ich mich hin, packe mein Surface aus und arbeite dort dran halt. Oder aber ich hole meinen Schlaf nach und höre Musik dabei. Ja, aber keine Ahnung. Ich finde es dann halt entspannt, meine Freizeit so komplett nutzen zu können, wie ich es halt möchte. Und dementsprechend habe ich mir jetzt, ich meine so ein Wohnheimzimmer ist jetzt nicht so teuer, das geht schon fit. Und dementsprechend passt das schon. Aber das Ding ist, tatsächlich, mein Bruder hat ja auch in Münster studiert und der hat da in der Nähe in einem Wohnheim gewohnt. Beziehungsweise im selben Komplex, ich glaube, die gehören irgendwie zueinander. Deswegen jetzt die Verbindung dann letzten Endes auch zustande gekommen ist, weil die gesehen haben, hey, der hat ja auch schon mal hier gewohnt und das war alles gut und shit, warum sollte der nicht dann so. Und das Lustige war, irgendwann, also da hast du mit deinen Nachbarn halt so semi viel zu tun. Ich glaube, in einem Studentenwohnheim ist es eher so, dass du halt die Leute so ein bisschen oder ein paar Leute da kennst, weil es sind halt auch Studenten. Wenn halt auch andere Leute wohnen, ist das so, ja, weiß ich nicht. Manchen Leuten weiß ich nicht, ob du da so viel zu tun haben willst die ganze Zeit. Aber der hat halt so ein Nachbar, irgendein Italiener, die haben sich gegrüßt, wenn die sich auf dem Flur gesehen haben und so und alles relativ normal. Und dann hat er den halt ein paar Monate nicht gesehen und irgendwann klopft so die Polizei bei dem, haben sie diesen Mann gesehen und du denkst dir so, what the fuck is happening? Schön. Du wusstest halt gar nicht, so und dann suchten die den halt, das ist halt schon komisch. Ja. Ja, da wohne ich dann bald, das ist schön, oder? Ja, das ist aber auch ganz lustig, finde ich irgendwie, dass es jetzt so mich da hingetrieben hat, weil ich bin halt irgendwie tatsächlich umgezogen, weil, wo ich vorher studiert habe, in Baden-Württemberg, das war mir einfach irgendwie zu weit weg, weil ich doch noch relativ stark hier so verankert bin, mit den Leuten, die hier so alle aus meinen alten Kreisen, die studieren irgendwie alle in NRW oder fast alle. Ja. Dann habe ich mir halt gesagt, so ja, und auch generell mit der Familie und so, und halt auch mal so zu sagen, so hey, ich fahre jetzt mal eben nach Hause und das jetzt dann doch nicht so weit weg, weil es nicht sieben Stunden dauert, sondern halt nur anderthalb. Ja. Und das ist halt deutlich besser. Und auch so generell so ein paar Sachen irgendwie, die halt mir an NRW irgendwie besser gefallen. Ja. Und, ja, dementsprechend, keine Ahnung. Ja. War richtig weird irgendwie alles, weiß ich nicht. Okay. Alles richtig seltsam. Ich bin mal gespannt. Aber die haben da gutes Internet. Ich meine, das ist ja schon mal das Beste, ja. Oh Mann. Ich meine, wenn ich nachts abgestochen werde. Mit einer der Gründe, wieso ich auch gerne an sich halt ausziehen würde, ist, weil es mich immer noch abfuckt, dass ich in München kein, nicht besser als eine 16.000er Leitung beziehen kann. Und vor allem halt auch, also mir geht es gar nicht um den Download. Das ist zwar natürlich auch praktisch irgendwie, speziell bei den ganzen, ich bin zu schön, mir irgendwie meine Spieldateien zu komprimieren, 60 Gigabyte spielen. Ja. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist einfach der beschissene Upload, den ich habe. Und ich meine, das ist, einerseits natürlich betrifft es mich nochmal extra, wegen halt Hochladen von Videos oder Streamen oder Zeug, was ich halt gerne tun würde. Aber das ist halt die eine Sache, die mich halt jetzt im Speziellen betrifft, womit ich mich auch mittlerweile abgefunden habe und auch diverse Lösungen habe, wie ich es halt so regle. Aber die andere Sache ist halt einfach, dass es zum Teil halt wirklich problematisch wird, wenn irgendein Programm halt denkt, dass es irgendwas machen würde, halt auch als Nicht-YouTuber. Wenn ich zum Beispiel meine Cloud benutze, die ich einfach oft benutze für Dateien und bla, ist halt, ja, bin ich in gewisser Weise schon sehr arg eingeschränkt mit meinem Upload, weil es einfach gefühlt alles Ewigkeiten braucht. Wenn meine Datei mehrere Megabyte groß wird, dann braucht es halt schon wieder Ewigkeiten, bis es hochgeladen ist, gefühlt. Und das ist halt dezent scheiße und kacke. Und das trägt mich halt unglaublich auf. Und was mich, es würde mich nicht aufregen, würde ich irgendwo in einem Dorf, also ich würde mich schon aufregen, aber ich würde es noch irgendwie nachvollziehen können, würde ich irgendwie in einem Dorf sonst wo leben, ja. Aber selbst meine fucking Oma in Margaretenried hat Glasfaseranschluss. Und ich nicht. Und ich wohne in München. Was ist denn hier los? Ja, ähm, würde mir schon stinken. Oh, es stinkt mir total, weil es mich, das ist so, Perlen vor die Säule, die wird das Glasfaseranschluss nie benutzen. Wenn ich dann meinen neuen PC habe und meine, die hoffentlich die 50.000er Leitung, die ich dann da in diesem Wohnheim kriege, wenn das klappt, und ich dann da sitze, in diesem 19-Quadratmeter-Apartment, Küche und Shit, das ist so ein Bad, das sind alles 19 Quadratmeter zusammen, da sitze und dann, keine Ahnung, dann baue ich mir da so mein kleines Setup auf, so richtig alles auf YouTube gemünzt, weil ich wohne alleine. Das wird auch, da bin ich so gespannt drauf. Ich habe noch nie in meinem Leben dauerhaft alleine gewohnt. Okay. Bin mal gespannt, weil irgendwie, entweder halt mit der Family, ich habe drei Brüder und dann halt noch meine Eltern, das ist halt schon viel, oder halt in einer WG ein Dings, so. Es ist dann halt, also keine Ahnung, ich bin mal gespannt, wie das so wird. Ob ich dann nach einem halben Jahr, ich muss mindestens bis nächsten Sommer da drin bleiben, ob ich dann sage so, jo, irgendwie doch kacke, so. Oder ob ich halt sage, boah, geil, man hat so viele Freiheiten. Weiß ich nicht, bin mal gespannt. Also, keine Ahnung, ich kann mir alleine leben, zumindest bis zum gewissen Grad richtig, gar nicht vorstellen. Also, mich regt es halt allein schon immer auf, wenn dann wieder irgendwer die Geschirrspülmaschine falsch einräumt. Ja, da hast du gar keine Geschirrspülmaschine. Ja, ja, aber trotzdem, da kann ich halt einfach mal so meine Ordnung für mich einhalten und habe nicht dauernd alles, wo irgendwer wieder denkt, hö, es muss jetzt da sein und bla, wo es überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Aber hey. Ja, weiß ich nicht. Bin mal gespannt. Genau, und das ist ja auch lustig, wenn man, der Eddie wohnte da, oder hatte da ja auch mal irgendwo in der Nähe gewohnt. Bin mal gespannt, ob der dann öfter oder gelegentlich mal vorbeikommt, beziehungsweise ich zu dem fahre. Ja. Ist mir im Nachhinein auch mal so aufgefallen. Aber, ich würde sagen, wir machen jetzt nämlich das neues Feature von diesem tollen Talk. Wir haben jetzt Segmente. Ja. Oh yeah. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein kurzes Interlude. Und dann hören wir uns gleich wieder, wenn es weitergeht, hier mit Latecast. Genau, das war der Name. Ja. Okay, bis gleich. Jo. Der Latecast. Mit Silas und Arndt. Ja, herzlich willkommen zurück, hier beim Latecast. Ja, das sind wir wieder. Auf Sick Enterprises. Ja, gestärkt mit Wasser oder was auch immer du dir jetzt geholt hast. Ich habe mir Sascha, Mineralwasser Medium geholt. Ah, schön. Aus Wörth am Rhein. Oh, am Rhein. Ja, Rhein ist schön. Ist immer schön. Rhein ist Wasser. Also im Sommer, ne? Und dann chillt man da so und hey, hallo, wir chillen hier. Was ein Rheinfall. Ha. 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 Naja, never so less. Genau. Ich muss ja mal sagen, ich nehme das Ganze ja hier jetzt gerade auf meinem Surface auf. Und dann habe ich hier gerade, uh, ich habe dir ja gerade voll die Überleitung gegeben. Wow, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte, das wäre so gedacht gewesen. Oh, egal. Naja. Fahre fort. Ich nehme das Ganze auf meinem Surface auf und nicht auf meinem normalen Desktop-Rechen, obwohl der nebenan steht. Ding ist nämlich, der ist letztens abgeraucht, so gefühlt. Keine Ahnung. Der ist jetzt, wann habe ich mir den gekauft? Vor fünf Jahren, bisschen mehr vielleicht? Ich weiß noch, als der ganz Neu, weil ich erinnere mich noch an das, eine Video, wo wir alle bei dir waren, wegen der Gamescom. Oh, ja. Und wo wir dann da dran geschnitten haben. Du so, boah, ist das halt schnell. Ja, ja, weil ich immer noch nur an diesem scheiße Laptop geschnitten habe. Das war so erfrischend und shit. Oh mein Gott, das ist schon lange her. Ich weiß noch, wie er damals dann immer so, wo ich dann am Anfang, so als der Neu war, angegeben habe, so, weil damals kannte ich auch noch ein paar andere, die so ein bisschen mal was auf YouTube gemacht hatten. Dann so, ja, mein Rechner rendert das Video jetzt so schnell, wie das Video lang ist quasi. Also wenn ich ein 30-Minuten-Video habe, dann braucht er auch 30 Minuten zum Rendern. Oh, yeah. So, das war halt so voll geil. Und jetzt, muss man sagen, wurde seine Karriere beendet. Er hat seinen Nagel gehangen. Ich weiß nicht. Also, das Ding ist, die Grafikkarte ist, das war irgendeine richtig schäbbige Grafikkarte. Man muss nämlich auch mal sagen, dass ich den eigentlich komplett missbraucht habe. Den Rechner, weil das war halt so ein Dell-PC für 650 Euro oder so. Der halt eigentlich nicht dafür gemacht ist, auf dem zu zocken und zu rendern. So, der ist halt einfach, das war halt ein geiler Arbeitsrechner, wo du halt vielleicht auch noch so ein bisschen fancy shit. Aber der ist halt nicht so, es ist halt weder ein Gaming-PC gewesen, noch irgendwie zum Rendern. Krass scheiße. Nice, weil, keine Ahnung. Der, die Grafikkarte, das war eine Nvidia 530 oder so, der übelste Crap. Und was hatte der für einen Prozessor i5 von damals, glaube ich? Das ist, ja, und das ist generell. Der Lüfter und so von der Grafikkarte hat ja schon länger rumgesponnen, war phasenweise übelst laut, wenn der sich anstrengen musste bei Overwatch oder so. Und generell war das alles nicht mehr ganz so nice. Ich hatte ja auch mal das neue aufgesetzt auf einer SSD, was super viel gebracht hat auf jeden Fall, also hochgefahren. Und tue da jetzt, wenn man ihn nochmal hochfährt, auch immer noch ziemlich schnell. Also der ist quasi sofort da. Aber sonst so alles drumherum und es ist übelst langsam. Ich habe letztens nochmal ein privates Video geschnitten und das waren halt richtig viele Dateien, so an Footage und so. Und da ist Premiere auch teilweise hart abgespackt. Also keine Ahnung, das war halt schon viel so für den. Und dementsprechend will ich mir jetzt eigentlich auch einen neuen kaufen und jetzt auch bald. Und das war auch schon, bevor der jetzt kaputt gegangen ist, der Plan. Ja, jetzt habe ich halt keinen mehr und das ist halt schon irgendwie scheiße, weil es war von jetzt auf gleich, hey, ich funktioniere nicht mehr. Und vor allem, eigentlich funktioniert er noch, aber dann die Grafikkarte, die aktiviert sich dann random, habe ich kein Bild mehr, habe ich einfach Black Screen. Und dann stürzt irgendwie der Rechner ab oder so oder ist überfordert oder keine Ahnung, wenn er den Treiber wieder starten will, ich weiß es nicht, was da genau passiert. Auf jeden Fall ist das sehr nervig, weil wenn du halt nur deinen Rechner anmachst und dann zehn Minuten Bild hast, dann kannst du jetzt halt nicht wirklich irgendwas damit anfangen. Vielleicht ist tatsächlich einfach der Lüfter der Grafikkarte abgekackt und dann überhitzt die Grafikkarte und schaltet sich ab. Hm, I don't know. Auf jeden Fall kann es ja so nicht bleiben. Ja. Aber gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Mein Plan war ja eigentlich, wenn er noch funktioniert hätte, dass ich den einen Desktop-PC, also den alten hier stehen lasse bei meinen Eltern, weil ich ja immer noch mal wieder hier sein werde, so am Wochenende oder sowas oder in volllegungsfreien Zeit und den anderen in Münster habe. Also ich dann halt, da wo ich mehr bin, habe ich halt meinen guten Rechner in Münster. Ja. Aber dass ich hier halt auch noch einen habe, wenn ich jetzt ein Video machen will oder irgendwas, hätte ich halt gesagt, boah geil, du hast an beiden Standorten einen Desktop-Rechner. Gut, der Traum ist jetzt zerplatzt. Wobei ich sagen muss, dass es mittlerweile eigentlich eh ganz gut geht. Zum Beispiel war mein Plan, das habe ich jetzt vorerst mal auf Pause gesetzt, wenn man so möchte, auch mal unterwegs am Surface zu schneiden, gerade eben, wenn ich zum Beispiel so lange Pendelzeiten habe, weil ich das dann halt gut nutzen kann. Dafür zum Beispiel. Und es geht euch mittlerweile echt gut, wenn du vor allem mit dem neuen, also mein Plan war, dann mir halt eine externe Festplatte zu holen, irgendwie eine kleine, vielleicht sogar eine SSD, irgendwie mit, was ich sage, 500 GB Maximum, vielleicht wäre eine SSD eben dann noch weniger, weil die sonst zu teuer werden. und da einfach dann meine Projekte temporär drauf zu haben, mit denen ich gerade arbeite und die dann mit Premiere, so gesagt als Proxys mir da mache, die einfach halt von den Videodateien her kleiner sind und somit nicht so anstrengend für die CPU da zu verwalten und zu verarbeiten. Und dann kann man nämlich auch an sowas wie dem Surface, was eigentlich ja nicht so super leistungsvoll ist, gut arbeiten. Und für unterwegs habe ich mir gedacht, warum nicht? Und ich meine, das ist an sich, ich habe es ja auch gemerkt, ich habe es auch so mit dem Surface zum Teil schon gemacht, mit dem Touchpad, wenn man sich da ein bisschen rein fühlt, kann man eigentlich auch wirklich gut produktiv sein. Natürlich geht es immer noch besser, muss ich gestehen, wo ich jetzt eben am Momentan arbeite mit einem Mac, weil dort gar nicht mal unbedingt, weil, also einerseits natürlich, weil Macs ein gutes Touchpad haben, also MacBooks meine ich jetzt natürlich, aber andererseits auch, weil die Programme einfach, ich weiß nicht, ob da Apple den einfach gut Druck macht oder ob die einfach Mac lieber mögen, weil irgendwie mag irgendwie Programmierer immer Macs lieber, wenn sie Programme entwickeln, ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall ist dort der Touchpad-Support einfach super, er ist wirklich super, man kann so viel machen mit dem Touchpad und es funktioniert einfach und es ist riesig, du hast Platz für Gesten und alles und du kannst wirklich produktiv sein unterwegs mit dem Touchpad, weil normalerweise, es gibt ja immer viele Leute, die schauen dann immer so, der arbeitet unterwegs mit seinem Touchpad am Mac, ist der doof oder der hat gar keine Maus und ich kann Mac-User verstehen, Nummer eins, ich finde Mäuse am Mac unglaublich scheiße, ich kann sie nicht verwenden, weil der Mac so eine richtig weirde Maus Beschleunigung hat, die du auch nicht ausstellen kannst, lustigerweise und deswegen sind Mäuse unbenutzbar für mich an Macintosh, was hingegen aber super geil ist, ist eben das Touchpad, somit würde ich selbst, wenn ich ein MacBook hätte, mir zu Hause, glaube ich, gar nicht meine Maus anschließen, weil ich mit der schlechter arbeiten kann als mit dem Touchpad. Ja, egal, so viel dazu. Ja, aber ich bin ja jetzt seit geraumer Zeit dann schon dabei, mir Parts rauszusuchen, weil ich den nächsten PC selber bauen möchte, weil es halt einfach ein bisschen günstiger ist und auch die Experience bestimmt toll ist und man das dann alles selber tweaken kann. Ja, man muss sagen, wenn ich hier nochmal ins Wort fahren darf, es ist gar nicht mal unbedingt so viel günstiger. Was der Hauptvorteil einfach ist, das erste ist, dass du die Kontrolle darüber hast, welche Teile drin sind, was halt gerne mal gemacht wird, dass irgendwie dann, dass die super billigen RAM verbauen oder ein richtig schlechtes Netzteil und so weiter und so fort, wenn du dir ein Prebuild kaufst. Und Nummer zwei, das Problem bei Prebuilds ist halt, dass die wirklich darauf ausgelegt sind, genau für die Hardware, die drin ist. Aber wenn du upgradest, dann wird das zum Teil schon etwas interessanter, weil dann oftmals das Netzteil nicht mehr ausreicht, dann musst du erst das Netzteil wieder wechseln oder das haben dann zum Teil halt auch irgendwie so ganz spezielle Mainboards, die halt nur für diese eine Maschine gemacht wurden und dann halt genau nur so viele Slots haben, wie du da brauchst. Vielleicht, was weiß ich, noch einen, der irgendwie frei ist oder so und dann hat das Gehäuse wieder keinen Platz und so und das hast du halt alles bei einem, den du selbst zusammenbaust nicht, weil die halt wirklich darauf ausgelegt sind, dass du die halt vielleicht auch in Zukunft wieder upgradest oder im Generen halt mehrere Teile drin hast. Genau, das ist nämlich der Plan, wenn ich mir jetzt einen neuen Rechner baue, vor allem jetzt, wo ich den vielleicht etwas schneller noch bauen werde, als es geplant war, weil jetzt der andere halt nicht mehr funktioniert und ich eigentlich schon einen Desktop-Rechner brauche, weil ich auch Overwatch wieder spielen will und keine Ahnung und mir das schon stinkt und vor allem auch kein CS mehr spielen kann und gar nichts mehr und das ist alles sehr doof. Dementsprechend muss ich jetzt mal schauen, wie ich das alles mache. Mein Plan ist ja auf jeden Fall eine Grafikkarte, eine RX 480 zu holen, weil die relativ günstig und trotzdem viel Leistung hat. Und vor allem soll das ja der Clou von ihr sein eigentlich, dass du, wenn du die mit noch einer weiteren RX 480 dann irgendwann kombinierst, dass du dann ziemlich nice Leistung hast und so und wegen Grafikkarte her. Ja gut, da muss man mal sehen, wie das in Zukunft noch ausgeht. Im Moment muss man sagen, dass der Support für zwei Grafikkarten einfach nur scheiße ist. Die meisten Spiele laufen nicht gut auf zwei Grafikkarten, manche unterstützen es gar nicht und die, die drauflaufen haben und oftmals so Mikroruckler und bla. Aber es kann eben sein, gerade wegen VR und ähnliches und weil halt auch für Cargaming und was weiß ich immer mehr ins Rollen kommt und speziell halt mit VR die Leistung, also die benötigte Leistung einfach extrem gestiegen ist, weil du alles doppelt rendern musst für zwei Augen. Kann es eben sein, dass jetzt sich halt dadurch Spieleentwickler oder halt generell mal die Industrie ein bisschen mehr auf Dual Grafikkarten orientiert, weil es einfach günstiger ist. Was weiß ich, eine 1080 kostet saumäßig viel. 700 Euro. Ja, 700, 800 Euro, sowas rum und wenn du da halt zwei günstige Grafikkarten hast, dann sind die zum Teil, also an sich von den reinen Daten her halt ähnlich stark. Also kommst du natürlich auch mal drauf an, welche, aber zum Beispiel eine 2 RX 480 würden theoretisch, glaube ich, weniger kosten insgesamt sogar noch und dürften aber stärker sein. Momentan ist es halt aber leider nicht so, weil die meisten Spieler es nicht gut unterstützen. Aber mal sehen, vielleicht ändert sich das in der Zukunft. Ja, da bin ich mal gespannt. Und auf jeden Fall würde eine RX 480 so wie sie ist, auch alleine für mich erstmal ausreichen, weil ich ja gar nicht 4K oder sowas will. Ich brauche einfach einen nicen 1080p Rechner erstmal und ja, weil ich mir auch gar keine 4K Monitore holen will, weil das einfach teuer ist und shit, hole ich mir lieber einen geilen 1080p Monitor und zweit nochmal, der dann halt keine Ahnung wie viel Hertz hat einfach, damit die Frames einfach laufen. Aber das Ding ist, ich bin jetzt aktuell nochmal unentschlossen, weil ich hatte mir eigentlich schon so alles zusammengesucht, habe ich glaube ich auch schon mal geschickt. Also halt ein Netzteil, 650 Watt, ein gutes, ich glaube sogar den selben Mid-Tower, den du auch hast. Dann ein Mainboard, was gut war. Und jetzt bin ich halt unentschlossen, ob ich ein i7 oder ein i5 mir hole, weil ein i7 wäre halt eigentlich schon das Ziel. Das Problem ist halt, das kostet dann nochmal über 100 Euro mehr. Ja. Ja, die Sache ist immer die, da muss man... Es könnte halt ein Ausschlaggebend sein aktuell. Viele, was ich vor allem schlimm finde, weil ich merke es ja, dort wo ich arbeite, habe ich ja zum Teil damit zu tun auch. Oder wenn ich es halt mir auch, weil ich mir ja generell tatsächlich irgendwann mal, als ich mir selbst mit meinem PC zusammengebaut habe, privat auch dafür interessiert habe und dann entsprechende Channels und so und Communities auf YouTube und ähnliches angesehen habe. Und dort sieht man immer diese ganzen Gaming-Rigs, die im Zweifelsfall immer einen fucking i7 drin haben, ja. Eigentlich gefühlt, ich weiß nicht, jeder hat einen i7 drin, aus irgendeinem Grund. Was ich aber lustig finde, ist, dass dann halt die Grafikkarte, zumindest damals war dann halt immer, also als die noch aktuell war und so, zum Beispiel eine GTX 79. Was an sich, meines Erachtens, komplett dumm ist, weil die meisten Spiele, zumindest auf 1080p, auf 4K sieht es dann wieder ein bisschen anders aus, aber auch da dürfte es eigentlich ohne Probleme gehen. Die meisten Spiele benutzen die CPU fast gar nicht. Es gibt wenige Ausnahmen, die wirklich die CPU arg in Anspruch nehmen. Der, sonst, zum Teil ein Kumpel von mir hatte einen i7 der allerersten Generation und hat den vor einem Jahr, glaube ich, gewechselt und hatte selbst da eigentlich noch nicht wirklich Probleme mit dem. Wie gesagt, die meisten Spiele sind wirklich fast null auf die CPU und alles auf die Grafikkarte. Und dann denke ich mir immer, dann würde ich doch lieber, was weiß ich, die 100 oder 200 Euro für den i7 sparen und in die Grafikkarte investieren und da eine bessere Grafikkarte holen, anstatt dass ich mir einen i7 hole und dann einen riesigen Bottleneck habe, weil die Grafikkarte einfach die Leistung nicht hat, um das Spiel entsprechend überhaupt darzustellen und der i7 dümpelt dann irgendwo bei 20% rum und langweilt sich den ganzen Tag und die Grafikkarte, die brennt gefühlt durch, weil die einfach mega am Schwitzen ist. Also das einzige Problem ist ja, also wenn ich mir jetzt ein i5 kaufe für Sockel so und so und so und so, ob ich dann in zwei Jahren, wenn ich mir dann theoretisch vielleicht doch nochmal ein i7 holen würde, ob ich dann ein Problem mit dem Sockel bekommen würde? Das weiß ich nicht. Die Sache ist nur dir. Gut, bei dir ist es jetzt natürlich nochmal anders, weil du halt eventuell auch renderst und so Zeug machst. Das ist dann meist immer schon CPU-intensiv. Also da wirst du den i7 auf jeden Fall spüren. Aber im Großen und Ganzen, wenn du sagst, okay, es ist mir jetzt nicht so super wichtig, ob das jetzt, was weiß ich, die 10 Minuten länger braucht oder nicht. Räute ich auch immer auf die Videolänge drauf an und bla. Dann weiß ich gar nicht, ob du überhaupt jemals ein i7 brauchen wirst. Also normalerweise, ich persönlich würde die CPU nur wechseln, wenn ich mein Board wechsle. Oder andersrum das Board wechseln. Hast du die i5 oder die i7? Weder noch, ich habe einen AMD. Ah, stimmt. FX-8350, den ich mittlerweile nicht mehr empfehlen würde, weil er jetzt echt alt ist. Also wirklich alt. Also wow. Was ich aber empfehlen würde für jeden, der momentan sich überlegt, ein PC zu bauen und nicht irgendwie zeitlich Probleme da hat, weil er einen neuen PC braucht oder so, ist zu warten, bis AMD seine neue Prozessor-Generation herausgebracht hat. Aufgrund der simplen Tatsache, weil selbst wenn man sich keinen AMD-Prozessor holen will, dann eventuell einfach die Intel-Prozessoren billiger werden. Weil es wird zumindest gemunkelt. Das muss ich ja natürlich noch zeigen, inwieweit das dann stimmt. Das wird der neuen Prozessor-Generation mal wieder ein halbwegs, ja, Prozessor kommt von AMD, der auch mithalten kann mit dem momentan Intel-Prozessoren. Der soll tatsächlich relativ günstig eventuell auch noch werden. Also zumindest im Vergleich zu dem, was Intel immer verlangt. Und dann müsst ihr natürlich Intel eventuell einfach selbst mit den Preisen runterziehen. Oder aber man holt sich gleich den von AMD, weil der auch vielleicht entsprechend preisleistungsmäßig gut ist. Konntet sich ganz drauf an, wie der jetzt am Ende wird. Aber das wäre natürlich, also da würde ich für jeden, der nicht irgendwie zeitlich in Bedrängnis ist, einfach noch warten, weil es im Zweifelsfall nur besser werden kann. Und das sollte Anfang nächsten Jahres oder so, schätze ich, wird das vorgestellt. Und kommt vielleicht auch irgendwann mal auf den Markt dann hoffentlich. Ja, wird auf jeden Fall interessant. Okay. So, ja, das ist halt echt so eine schwierige Entscheidung. Vor allem mir ist damals, als ich dann das erste Mal so ein bisschen geguckt habe, überhaupt aufgefallen, man kann sich so in irgendwelchen Parts und Kram irgendwie verlieren. Ja, ja. Es gibt halt einfach so viel. Ja, dann auch von Drittherstellern oder so. Aber eben ganz ehrlich, bei den meisten Grafikkarten. Das Einzige, was man beachten muss, ist nie die Original-Stock von den Grafikkartenherstellern selbst holen. Das ist immer blöd. Also nicht direkt von AMD oder von Nvidia, weil die meistens unglaublich beschissene Kühler drauf haben. Sondern lieber warten, bis diese ganzen Bordpartner, also zum Beispiel AMD sind Sapphire und sowas. Oder MSI ist ja auch bei Nvidia dann MSI, EVGA und so weiter und so fort. Die haben einfach meist deutlich bessere Kühler, die auch leiser sind und was weiß ich noch alles. Und ja, bei denen, unter denen kann man sich vielleicht ein bisschen umschauen, aber in der Regel sind die eigentlich alle okay. Es gibt manche, die sind ein bisschen mehr übertaktet, aber ganz ehrlich, die zwei FPS, die man dann da rausbekommt, ich weiß nicht. Ja. Oha. Ja, und das ist so. Wenn ich mir ein i5 holen würde, dann wäre ich trotzdem bei 933 Euro und da ist noch nicht mal eine Festplatte mit drin, wobei ich ja auch noch meine SSD habe und meine andere. Also wenn man sich einen vernünftigen PC holen will, der auch ein bisschen hält und alles, würde ich persönlich eher, also der Sweet Spot ist preislich so ungefähr um die 1000 Euro rum. Ja, ist es ja dann. Ja, ja. Aber weil viele immer davon ausgehen, ja, ich hole mir einen Rechner für was ich, 700 Euro oder so, ja, geht schon auch, aber optimal ist es nicht. Also am meisten. Ja, das Ding ist halt nur, dann wäre ich halt bei über, deutlich über 1000, wenn ich mir einen i7 holen würde, so. Ja. 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 Also ich meine jetzt auch so von Price Range, so sagen wir 900 bis 1100, sowas, da kann man halt gehen. Also das ist so der Preisbereich, den ich empfehlen würde. Ja, da muss ich mir, muss ich nochmal in mich gehen und schauen, dass das jetzt irgendwie möglichst schnell klappt. Im Zweifelsfall halt erst im Dezember, was aber ärgerlich wäre, aber ich habe, im Dezember ist Weihnachten und ich habe Geburtstag. Somit wäre das dann auf jeden Fall kein Problem mehr, aber das ist halt so die Frage. Oder aber du finanzierst ihn dir. Ja, was? Du finanzierst ihn dir, du zahlst ihn dir. Raten oder was? Naja, das finde ich irgendwie, keine Ahnung, wenn man, wenn man, das ist so, so ein, ähm, wenn man, wenn man schon bei einem PC anfängt, den Raten zu bezahlen, finde ich das irgendwie echt komisch. Weil, ja, was bezahlt man normalerweise in Raten? Ein Auto oder ein Haus, so ungefähr. Oder machen wir sogar. Aber wenn man bei einem PC schon anfängt, weiß ich nicht. Ja, ich weiß, aber das weiß nicht, dass es besser ist. Persönlich bin ich auch immer kein Fan davon, weil ich immer gerne einmal weg habe und dann ist es weg. Aber, keine Ahnung. So, wenn es einem wirklich halt darum geht, schnell irgendwie ein Gerät zu haben und man gerade das Geld nicht hat, ist es zum Teil keine blöde Alternative. Also, es geht schon auch. Es ist nicht mehr so total abwegig. Ja, aber dann, warte mal, das würde ja schon gar nicht gehen, weil da müsste ich ja, ähm, also, da müsste ich ja ein Prebuild holen, wahrscheinlich. Nö. Also, ich weiß nicht, wie es bei anderen Shops ist, aber dort zumindest, wo ich arbeite, geht das auch so. Du machst eine Bestellung und den Preis der Bestellung, den bezahlst du auf Raten ab. Äh, schwierig, schwierig. Jetzt ist das wieder so ein neuer Aspekt, da muss ich erstmal überlegen. Naja, ähm, gut, ich würde sagen, damit konkludieren wir jetzt auch hier diesen Tech-Talk-Abschnitt, den wir irgendwie immer haben, früher oder später in einem Random-Talk. Ähm, und machen eine kurze Pause mal wieder und sind dann gleich wieder da, hier bei dem Late-Cast. Ja. Mit, äh, Seikon Quert oder Avid und Silas oder wie auch immer, ist ja scheißegal. Ja. Bis dann. Bis dann. Late-Cast, ganz schön sick. Und hier sind wir wieder beim Late-Cast, aus unserer kleinen Pause hier wieder zurück. Natürlich immer noch mit den gleichen Personen, Psycho und Quert, Silas und Avid, wie auch immer man möchte. Genau. Und wir... Faszinierend, diese, diese Pausen. Ja, das ist ja so, so richtig cool und shit. Ja, 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 ja. In Wirklichkeit, in Wirklichkeit, äh, können sich jetzt die Leute vorstellen, was wir machen jetzt in den Pausen. Ob wir, überhaupt, ob es überhaupt eine Pause ist oder ist das alles nur Schnittmagie? Ja. Ja. Schnittmagie, ja. Wir, äh, also man sagt ja immer Zeit, äh, man kann die Zeit nicht kontrollieren, wir schon. Wir, wir schon, ja. Ja, wir können Dinge einfach verschwinden lassen. Faszinierend. Ähm, never the less. Ich hab letztens, äh, seit langem mal wieder mit einem Kollegen den Fernseher eingeschaltet. Uh, okay. Und, ähm, ich hab ja gar keinen Fernseher eigentlich mehr bei mir angeschlossen oder so, aber da waren irgendwie, äh, keiner, war halt irgendwie keiner da und dann im Wohnzimmer mal, so. Und das Ding ist, ähm, dann kam erst Wer wird Millionär auf RTL? Okay. Und dann, äh, ich hab mich ewig nicht mehr gesehen, bestimmt, keine Ahnung, vier Jahre nicht mehr wirklich so. Ähm, erst mal ist mir aufgefallen, so, okay, ja, Stoch, Günther Jauch sieht deutlich älter aus als früher. Ähm, ja, er ist ja jetzt auch schon 60. Na. Ist, glaub ich, genau 60 dieses Jahr. Und, äh, die haben, das war, glaub ich, auch so eine Special-Folge, aber war das alles blöd und scheiße? Ah, also es hat, also Wer wird Millionär hatte ich nicht so schlimm in Erinnerung, weil jetzt haben die auch die ganze Zeit diese typischen RTL, weil wir stellen den Kandidaten einmal vor, Videos. Okay. Von wegen so, hi, ich bin der und der und komm aus Lüneburg und ich mach das und das und bla und überhaupt. Oder noch schlimmer, wo, ähm, ich mir so denke, gut, da ist ein Typ, der ist halt echt unordentlich gewesen, so, ne? Aber ich bin zum Beispiel auch immer mal wieder relativ unordentlich. Und, wenn ich mich mit vielen meiner Kumpels unterhalte, stelle ich fest, dass die auch echt unordentlich sind, so. Ne, da bleiben dann halt auch mal Teller irgendwie einen Tag, zwei Tage stehen. Ja, 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 kenne ich gar nicht. So, und so ein Scheiß halt. Meine Eltern, wenn ich hier bin, regen sich darüber unfassbar auf, immer wieder. Mir ist das einfach so, ja, okay. Ja, meine Ma hat damit, glaub ich, einfach komplett aufgegeben. Das ist, ja. Ja, so weit hab ich's, glaub ich, noch nicht. Es ist nicht mehr so schlimm, aber ich, ja. Und jetzt wohne ich ja erst mal nicht mehr hier, das heißt, ja, naja. Ja, mir steht hier, umgedacht, gerade hier im Moment ein Teller rum. Ja, ich hab auch noch eine Schüssel hier oben. Stimmt. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, genau, und der war halt super unordentlich. Und so, und da haben die Freunde sich überlegt, so, hey, wir nominieren den bei Wer wird Millionär? Und dann kommen die vorbei, vor allem mit Thorsten Schorn, ja, der Gude von 1Live, wo ich mir da denke, warum lässt, warum moderiert der immer noch bei RTL und macht so eine Kacke? Ich mein, das hat der doch eigentlich nicht mehr, oder? Ach, egal. Auf jeden Fall steht er dann da in so einem übelst so, hey, ich bin verrückt, Anzug, so mit komischen Bildchen drauf und so in verschiedenen Farben, so ein Anzug halt, wo du denkst so, das könnte der Hutmacher aus Alice in the Wonderland sein oder so. Und dann wecken die den um 6 Uhr morgens so, hey, du musst jetzt hier aufräumen, dann darfst du bei Wer wird Millionär mitmachen. Äh, was? Nein. Und ich denk mir, halt, nein, wenn ich der eher wäre. Ich mein, einerseits könntest du sagen, okay, das ist mir egal, weil Wer wird Millionär, da kannst du halt Geld gewinnen. Lohnt sich vielleicht schon. Andererseits ist das scheiß RTL und ich würde dann einfach nur sagen, fickt euch, geht nach Hause, lasst mich in Ruhe. Ich habe, ich habe für nichts unterschrieben, geht weg. Wie sind die überhaupt zu seiner Wohnung gekommen? Durch die Freunde oder was? Ja, durch die Freunde, die haben den da halt so, ne, und die haben die reingelassen. Ich glaub, die kriegen keinen Schlüssel mehr. Nee, nee, die wohnen ja da auch, das war eine WG. Verstehe, verstehe. Genau, so. Ist aber eigentlich völlig irrelevant, weil das Krasse kam nach, wer wird Millionär, eine wohl neue Show, Dschungelcamp noch schlimmer, die gibt es, glaube ich, in den USA schon etwas länger und ich war völlig geschockt, wie die Wohllos RTL ist und wie schlimm das ist und wie, ach, es ist, also, ich habe es mir angesehen, mit, äh, aber es war echt, boah, sowas, es war so awkward und es war so, nein, Show heißt Adam und Eva. Oh Gott. Und, ja, genau, oh Gott. Es ist Promis und halt auch nicht Promis, aber natürlich F-Promis, ja, ganz weit unten aus der letzten Schublade. Leute, wo die meisten halt einfach gar nicht kennen, so. Ich kannte den einen noch, weil der damals im Dschungelcamp war, 2010 oder so. Wow, wenn du schon als Dschungel, dann, oh Gott. Ja, so. Okay, das Niveau ist da dann schon. Das Ding ist, die werden dann so, ähm, auf eine Insel ausgesetzt, aber keiner von denen hat Klamotten an. Und das ist dann das Ding. Und dann sollen die sich auf der Insel verlieben, so ungefähr. Und das ist dann die Show. So, aber da sind natürlich nicht nur zwei Leute, also nicht nur eine Frau und ein Mann, sondern halt immer, es ist eine Gruppe von Leuten. Und dann gibt's da natürlich Zoff und so, so, ne, so. Typisch RTL halt. Und ich dachte mir nur so, what the fuck? Und da ist natürlich nach 22 Uhr lief, muss da auch nichts zensiert werden, so, ne? Ja. Ich war völlig fassungslos, weil es spricht ja einerseits die ganzen notgeilen Teenager an, glaub ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Andererseits ist das halt auch so, hey, wir zeigen nackte Leute hier, die machen sich zum Affen, guck mal, die machen dumme Spiele und keine Ahnung, scheiß halt. Und andererseits ist es halt diese typische RTL, wo dann sitzen die wieder in ihrer Kammer und erzählen so über den Tag und meinen so, boah, nee, und das fand ich ja voll schlimm und das können die doch nicht machen und bla, aber so Leute, wo du denkst so, ah. Und es ist so typisch RTL gewesen, es hat mich so genervt und dann hab ich wieder gewusst, ich weiß, warum ich kein Fernsehen mehr gucke. So, ja. Ja, es ist einfach nur noch traurig. Ich muss sagen, Fernsehen, ich weiß nicht, ich vermisse es auch einfach null. Keine Ahnung, weil es ist 90 Prozent, das ist hier einfach nur Werbung und dann hab ich auch noch das Problem, dass ich die einzigen Sender, die mich vielleicht interessieren würden, die kann ich nicht empfangen, weil... Ich persönlich bisher immer noch nicht gerafft hab, wie genau ich meinen Fernseher einrichten muss, um digital zu empfangen und shit, irgendwie, ich weiß nicht, das hat irgendwie nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hab. Und jetzt ist er eh nicht mehr angeschlossen, weil ich ihn eh aus dem Wohnzimmer wieder verbannt hab, in mein Zimmer. Oder, ja, was heißt, ich hab ihn natürlich warmherzig hier aufgenommen, weil wir mögen uns. Ja. Und, äh, jetzt steckt er an der Xbox und, ja. Wobei ich sagen muss, dass ich selbst die Xbox in letzter Zeit vergleichsweise selten anwerf. Dadurch, dass nämlich Forza Horizon 3 auch am PC läuft, den ich dessen in letzter Zeit sehr oft gespielt hab. Und gut, es war dann noch das andere Problem, dass meine Mom eben im Urlaub war und deswegen ich hier allein zu Hause für Ordnung sorgen musste. Und dann hab ich mir gedacht, okay, ich bügel mal. Boah, ne, verrückt. Und der Krass, der was, was auch immer hier. Und, äh, hab dann das Bügelbrett aufgestellt und es hat auch soweit ganz gut, gut funktioniert, aber dann hatte ich irgendwie zu tun und bin nicht mehr dazugekommen. Also die erste Ladung, so gesagt, die hab ich ganz normal abgebügelt und dann hab ich die, mich an die zweite Waschmaschinenladung gewidmet, ja. Die erste Ladung hab ich dann so abgebügelt. Äh, oh mein Gott, wirklich? Okay, okay. Ja, ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall stand das Bügelbrett dann halt hier rum in meinem Zimmer und natürlich zwischen meinem Bett und meinem Fernseher, wo ich normalerweise drauf sitze, um zu spielen. Und deswegen ging das nicht mehr und deswegen hab ich's nicht mehr getan. Wobei ich feststellen musste, um nochmal ganz kurz hier abzuschweifen von dem ganzen Fernsehthema, dass das mit der Xbox und der YouTube-App echt super funktioniert, weil ich hab dann währenddessen YouTube geschaut, am Fernseher eben, über die Xbox und man kann ja nämlich von der YouTube-App am Handy aus, so gesagt, sich verbinden mit der YouTube-App auf der Xbox und dann hab ich dort halt immer die Videos ausgewählt und die dann dort laufen lassen. Das geht wirklich super gut. Was reicht schon, wenn die Xbox an ist, dann musst du nur sagen, die Xbox auswählen, dann startet ja dort automatisch die YouTube-App und macht alles. Was ich nicht dachte. Ich dachte, ich muss erst irgendwie die YouTube-App starten und bla und da. Aber groß und ganz muss ich nur die Xbox einschalten, mein Soundsystem einschalten und dann halt das Video auswählen und dann läuft alles. Das ist toll, ne? Das ging wirklich besser. Am Fernseher wollte ich mir eigentlich auch nochmal irgendwann kaufen. Nicht um Fernseher zu schauen, sondern halt um geil Netflix nochmal zu schauen oder so. Na. Naja, aber, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Äh, Fernsehen, RTL, äh, ich schaust nicht mehr gerne. Ach ja, genau. Ich hab wieder vergleichsweise öfters mal die Xbox jetzt angehabt, weil davor die Wochen hatte ich auch, wenn ich gespielt habe, hab ich fast Overwatch und, äh, Dings. Ja, dass viel dann beides plötzlich wegspielt. Ja, und dann tatsächlich war es ja jetzt so, gut, ich hatte Forza auch noch natürlich, äh, an meinem PC läuft das ja nicht, das hatte ich gespielt an der Xbox. Ja. Aber auch jetzt nicht so exzessiv wie ihr beide. Hast du immer noch nicht die Challenges eigentlich geschlagen? Ja, mit ihr beide die ganze Zeit in unserer WhatsApp-Gruppe schicken sich die ganze Zeit die Screenshots von denen, hey, ich hab deine Zeit wieder überboten um zwei Sekunden, yo. Get this, Motherfucker, schluck meinen Staub. Die ganze Zeit solche Sprüche von den beiden. Und ich immer nur so, hm, okay, ja, hm, ja. Einmal war ich auch kurz motiviert, aber dann, nee, und dann war ich auch unter der Woche gar nicht da, konnte also gar nicht spielen. Ja, und jetzt, wo ich aber am Wochenende da war, hab ich die Xbox natürlich mal wieder öfter eingeschaltet, weil ich erstens mir die Witcher 3 Game of the Year edition gekauft hab. Ah, okay, ja, ich hab's gesehen, du hast irgendwie plötzlich Witcher gespielt und dachtest du so, hä? Warte mal, hat der das schon die ganze Zeit, oder? Nee, ich hab ja auf die Game of the Year edition gewartet und die ist ja vor geraumer Zeit rausgekommen und dann hab ich mir gedacht, okay, jetzt holst du dir den Scheiß. Hab ich auch gemacht und es ist toll. Also, auf jeden Fall cool. Ich bin aber wieder mal, das ist wieder so typisch, es gibt ja so Leute, die saugen dann jeden noch so kleinen Scheiß-Sammel-Quest auf und egal wie banal und unwichtig das ist, machen das. Ich geh da so durch und mach dann ein paar Side-Quests, mach aber viel, auch die Story, weil irgendwie das interessiert mich am meisten, oder so. Oder guck mir halt einfach so die Welt an, oder so. Aber ich mach jetzt nicht jeden Neben-Quest von Hans-Peter, der sagt, hey, mein Hund ist weggelaufen, ähm, find den mal. Und dann so, ja, ich nehm den an und mach den dann nie. So ungefähr. Ja, und der Typ dachte so, hey, geil, ein Witcher kommt vorbei, um mir zu helfen. Never heard of him again. Der sitzt da immer noch so versteinert mit seinem freudigen Gesichtsausdruck, wartet auf deine Rückkehr. Ja, keine Ahnung, das ist halt immer schon so gewesen irgendwie. Wie auch in, äh, in Fallout und in, also Fallout 4, was ich ja dann auch ewig hatte, angefangen hatte, es zu let's playen, das Let's Play dann abgebrochen hat, es dann auch ewig nicht gespielt hat, bis ich dann halt es so im Mai oder so dann endlich mal durchgespielt hatte. So. Ja. Also die, die Main-Quest und noch so ein paar interessante Side-Quests, so, die es da ja immer gibt. Und das war es dann aber auch so, keine Ahnung. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, erstens habe ich heute nicht mehr die Zeit. Ich weiß, das letzte Spiel, wo ich das wirklich krass hatte, war, glaube ich, Skyrim, als es rauskam und dann innerhalb von einem Monat oder von zwei Monaten, weiß ich gar nicht mehr, aber relativ schnell exzessiv da die 200 Spielstunden reingesteckt habe, weil man damals halt einfach Zeit hatte. Na. So, und, äh, jetzt habe ich erst mal weniger Zeit und keine Ahnung, bei manchen Spielen haben mich, haben mich manche Nebenquests eh noch nie so interessiert, auch bei Mass Effect oder so. Ach, das sind mir viele Spielestunden, die ich am PC jetzt auf Skyrim habe, seitdem ich das dort dann mal installiert hatte. Und, ähm, ja, weiß ich nicht, bei Mass Effect habe ich auch zum Beispiel immer fast nur die Story gespielt, weil ich das halt interessant fand. Und halt mal so ein paar von denen in Mass Effect 2 von diesen Charakterquests, damit die halt mich alle geil finden und nicht mögen und vielleicht am Ende überleben und so. Ja. Und nicht alle draufgehen. Aber sonst war mir das halt irgendwie relativ, äh, Wayne, so irgendwie, keine Ahnung. Es gibt da Leute, die sagen jetzt, was und bla, das kannst du doch nicht machen und überhaupt. Ja, doch. Kann ich halt schon. Und, äh, da habe ich dann halt trotzdem in Fallout 4 meine 40 Spielstunden jetzt gehabt und das reicht ja dann auch. So, und das finde ich auch immer so geil, das habe ich letztens nochmal, es gibt ja viele Leute und ich persönlich finde auch 70 Euro für ein Spiel, was halt neu rauskommt, echt viel. Aber es gibt ja Spiele, wo sich das deutlich mehr lohnt und Spiele, wo sich das deutlich weniger lohnt. Ja. So, wenn du jetzt ein Spiel kaufst, was halt eine Singleplayer-Kampagne hat, die, sagen wir mal, sieben Stunden dauert und ein Multiplayer, den du fast nie spielst, hast du am Ende vielleicht zehn Stunden Spielzeit, heißt, du hast sieben Euro pro Stunde bezahlt. Was auch noch okay ist, aber, so, naja. Wenn du jetzt ein Spiel dir holst, wo du 200 Stunden drin hast und dafür 70 Euro bezahlt hast, hat es dir schon ziemlich gerechnet. Ja. So ungefähr, ne. Alter, ich muss da feststellen, ich habe 176 Stunden tatsächlich in Skyrim hier allein schon wieder am PC und habe, ich glaube, an der Konsole habe ich noch mehr gespielt. Ich bin ja auch gespannt, dass soll ja jetzt bald diese, für PC-Leute, die euch sogar kostenlos diese neue Special Edition kommen. Ja, keine Ahnung, vielleicht, wenn ich meinen PC habe, dann modde ich da auch nochmal ein bisschen in Skyrim rum, aber irgendwie habe ich jetzt erstmal wieder genug von Bethesda-Spielen so mit Fallout 4 gehabt, bis dann halt das neue, richtige Elder Scrolls, dann, das kommt ja wohl erstmal nicht, also wahrscheinlich dann so 2018 vielleicht oder was weiß ich, kommt und sage ich so, geil, ja, Bock, aber bis dahin irgendwie können die ihre Kartenspiele und ihre Open World MMOs Skyrim, äh, Elder Scrolls Online, Skyrim Online, Elder Scrolls Online machen und so, das interessiert mich irgendwie relativ wenig in letzter Zeit, wo, keine Ahnung, es gibt generell so, habe ich festgestellt, äh, einige Sachen, wo ich theoretisch Bock hatte, äh, Bock hätte sie zu spielen, aber man schließt inzwischen viel mehr aus, auch weil, ja, man muss sich irgendwie festlegen, ansonsten noch weniger Zeit als gedacht. Ja, ich habe immer noch nicht Dark Souls 3 durch, oder überhaupt angefangen vor der Mathe. Ach ja, stimmt, das wollten wir ja vor geraumer Zeit mal im Koop spielen, wo ich da die ganze Zeit gesagt habe, so, spiel das mal, spiel das mal. Egal, noch was anderes. Aber ich habe es auch noch nicht durchgespielt. Ich muss feststellen, das meistgespielte Spiel auf Steam, das ich habe, ist tatsächlich Age of Empires 2 HD Edition mit 221 Stunden. Okay, ähm, what the fuck? Ja, meinst du auf jeden Fall CS? Da habe ich letztens gesehen, ähm, ich muss ja sagen, ich hatte ja eine lange Pause und war dann ziemlich schlecht geworden. Bei dieser Pause kamen auch diverse Updates, die, ich meine jetzt nicht das ganze Spiel verändert haben, aber halt schon so ein bisschen das Sprayen ein bisschen verändert haben und all so ein Kram. Und dann war ich halt relativ kacke. So, und ich bin jetzt auch immer noch nicht wieder so gut, wie ich mal war. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mal mega krass gut war, aber ich war halt immer noch deutlich besser als jetzt. So, ähm, aber es ging schon wieder langsam bergauf, habe ich gemerkt. Und, äh, habe ich mal nochmal so gesehen, ich habe jetzt fast 800 Stunden in CSGO. Alter, gar nicht schlecht. Also auf jeden Fall viel gespielt. Ja, bei mir teilt es sich ja zumindest. Vor drei Jahren haben wir angefangen, glaube ich, das wirklich viel zu spielen, also. Ja, bei mir teilt es sich ja so auf zwischen den ganzen Strategiespielen, also ich habe drei, die ich so hauptsächlich viel spiele. Das ist Age of Empires 2, Sins of a Solar Empire Rebellion, mit da habe ich 136 Stunden. Und Supreme Command and Forged Alliance 126. So, wir haben tatsächlich in letzter Zeit wieder mehr angefangen, oder mal wieder angefangen, ein bisschen Sins of a Solar Empire zu spielen, weil dann irgendwie hatte Callum Bock drauf, da hat sich Adrian angeschlossen und dann haben wir, das haben wir wieder gespielt, immer noch ein Top-Strategiespiel, wie ich finde. Ist das immer noch das Soaso, was ich auch mir damals geholt habe, oder gibt es da inzwischen? Bin mir nicht sicher, ich glaube leider nicht, weil du hast, glaube ich, noch das alte, normale Standard-Sins of a Solar Empire. Ja, ja. Und Rebellion ist so ein Pseudo, ja, es ist kein, wirklich ist es wie ein größeres, wie ein Standalone-DLC, wenn man so möchte. Und da gibt es jetzt, also der Hauptgrund, wieso sich, glaube ich, jeder geholt hat, das sind die Titans, weil es einfach nochmal größere Schiffe sind, als es eh schon gab, und die sind halt eben für Shit-Shit. Das macht schon echt Bock, das Spiel, das ist schon ziemlich geil. Vor allem, wir haben jetzt angefangen, weil früher haben wir immer, generell in Strategiespielen haben wir früher immer gigantische Maps, maximale Schiffszahl und, also, oder auch nicht nur bei Dingen, sondern auch maximale Einheitenzahl gespielt. Und solche Spiele brauchen halt einfach gefühlt sieben Stunden, ja. Und sind dann halt am Ende auch nicht unbedingt so cool. Und wir haben in letzter Zeit eben auch einfach mal entdeckt, dass es viel cooler ist, auf kleineren Karten mit weniger Einheiten zu spielen, weil sich einfach viel coolere Battles und interessantere Spiele ergeben, die halt vor allem dann auch nicht so lange dauern, dass du sie nicht in einem Spielen durchkriegst. Und das ist halt deutlich besser. Und, weiß ich, da bist du halt, weiß ich, eine bis zwei Stunden beschäftigt an einem Spiel, wenn es wirklich lang dauert. Und kannst du vielleicht noch mehr Runden spielen und es ist halt einfach lustiger. Und also Age of Empires war halt einfach richtig geil. In letzter Zeit hat das leider wieder so abgenommen, aber Age of Empires haben, glaube ich, bei mir 15 Leute in der Freundesliste, was fast meine gesamte Freundesliste ist. Und wir hatten echt so viele Leute, mit denen wir da immer gespielt haben. Das war einfach super lustig, dann halt eben auch nicht gegen NPCs, sondern zum Teil gegeneinander zu spielen. Dann kurzzeitig war ich auch noch in der Age of Empires Gruppe drin, die ich von der Vos kannte. Das waren wieder andere Leute, mit denen habe ich dann auch noch End of gespielt. War richtig lustig einfach. Und ich hoffe, dass das mal irgendwann wieder auflebt, weil Age of Empires ist so ein geiles Game. Ich liebe es. Ja. Na ja. Na ja. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit Overwatch gespielt und dann hatte ich mit den Kollegen, mit denen ich größtenteils CS spiele, ein paar von denen hatten sich dann halt auch Overwatch geholt, schon vor geraumer Zeit. Aber bei denen war es genauso, da hat es nur noch ein bisschen länger gedauert wie bei mir, dass man erst so, ja, nettes Spiel und dann plötzlich so Bock. Dann hatten die plötzlich richtig Bock auf Overwatch die ganze Zeit. Und jetzt halt immer noch, glaube ich, aber ich bin halt nicht mehr da. Ich hoffe, dass das anhält, bis ich dann wieder da bin, weil da haben wir halt richtig oft schon Rank gespielt und es war schon sehr, sehr lustig, weil einer hatte dann, keine Ahnung, wir haben es natürlich, erstmal muss ich sagen, dass ich lange nicht mehr in einem Spiel so geraget bin wie in Overwatch-Rank, ja. Weil die ganze Zeit ich mich darüber aufgeregt habe, wie dumm manche Menschen auf unserem Niveau sind. So, ich meine, wir sind ja so Gold-Platin, so, halt in dem, da, wo die halt die meisten, glaube ich, auch sind. Das Problem ist, da gibt es halt relativ viele Random-Leute, die dann halt die ganze Zeit Junkrat in Attack picken und du denkst denen nur so, nee, wir brauchen irgendwie mal eine anständige Team-Composition und die scheißen dann drauf und egal, wie oft du es im Chat schreibst oder so und du spielst schon die ganze Zeit Mercy oder, keine Ahnung, Reinhard und die machen nur Scheiße. Deswegen war ich ganz froh, dass wir dann da mit drei oder vier Leuten gespielt haben, weil dann können die anderen, also dann hat man zumindest so ein bisschen so ein Buffer, da können eine oder zwei Leute noch Scheiße picken, aber nicht mehr irgendwie fünf. Vor allem habe ich dann öfter mal Reinhard gespielt und ein Kumpel von mir hat Enner gespielt. Es ist sehr unerhaltsam, also es macht, keine Ahnung, also wie viele dumme Lacher, weil dann irgendwie du plötzlich gepowered ab wurdest und dann so, fuck, 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 jetzt hast du immer dieses Gefühl, von jetzt musst du was reißen, das ist my time to shine und meistens klappt es dann aber nicht. Und ja, es ist sehr, sehr entertaining auf jeden Fall. Ich finde es immer noch am lustigsten, das wiederhole ich glaube ich auch jedes Mal, wenn Enner den Falschen erwischt und dann halt irgendwie am lustigsten finde ich es bei Lucio, weil der dann wie so ein dummer Frosch einfach so blöd auf und abspringt und einfach nichts tun kann. Es sieht so blöd aus, wenn er noch so an der Wand läuft und noch so extra schnell ist und die ganze so auf und ab und bär auf Bounce, aber halt einfach keinen Schaden macht, weil es Lucio ist. Oh, und apropos Overwatch, ich hatte mich dann natürlich auch so ein bisschen, zumindest interessiere ich mich dann tatsächlich mal wieder, was auch lange nicht mehr der Fall war. Also Heldo 5 hat es phasenweise so ein bisschen geschafft, dass ich mich wieder so leicht für E-Sport interessiere, aber auch nicht so wirklich, weil, keine Ahnung, es ist halt immer so, dass ich wirklich mal wieder gesagt habe, geil E-Sport, das hatte ich seit Halo Reach nicht mehr. Ich meine, selbst das CS-Comeback, was es ja gab, wo es dann phasenweise so 2014 oder so richtig viel gab, einfach auch total viele kleine Turniere, wo jetzt wieder ein paar von verschwunden sind, aber sonst ist er ja immer noch ziemlich groß, so hatte ich mich dann noch für interessiert, aber jetzt aktuell Overwatch, macht schon Bock, das zu schauen und vor allem gab es da jetzt den World Cup oder so, der auch auf der Gamescom, wo ein bisschen gespielt wurde und das Finale ist jetzt wohl bei der, wie heißt die nochmal, die Convention von Blizzard, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich irgendwie BlizzCon oder so, im Zweifelsfall. Ja, genau, ich glaube tatsächlich, so heißt das irgendwie. Oh Mann. Ja, und da ist dann halt das Finale und da sind halt wirklich Länderteams angetreten, was halt mal echt mal wieder irgendwie nice war und Deutschland war tatsächlich ziemlich gut. Oh, okay. Was halt auch irgendwie bei wenigen Spielen mal so ist, dass Deutschland halt, also bei Halo sind die immer scheiße, fast immer. Ja. So, da sind das halt immer die übelsten Underdogs und bei CS gibt es ein paar deutsche Spieler, glaube ich, die sind dann aber halt in anderen Teams drin, weil da gibt es halt keine Länderdinger so. Also, und allgemein muss ich auch nochmal sagen, das wollte ich schon ewig mal sagen, dass E-Sport heutzutage nicht mehr so cool ist wie früher, weil früher, vor allem bei Halo, gab es dann Teams, die hatten wirklich Charakter, so, keine Ahnung, Straight Rippen und all so ein Scheiß. Ja, und heute wechselt jeder alle zwei Minuten. Erstmal das und seitens gibt es halt diese Standardteams, die es irgendwie in jedem Spiel dann gibt, die halt so übergreifend sind, CLG, Optik und so. Die sind halt in jedem Spiel vertreten, haben aber halt dann keinen Charakter mehr. So, es ist halt nicht so, dass du sagst, oh, so, ähm, da hast du halt, wie hießen die da früher nochmal alle, ähm, äh, Ding. Da gab es nochmal so eins, was auch SQ hatte, weswegen ich das immer so für uns zwei, das immer relativ, wie hießen die nochmal? Äh, oh, scheiße, ich weiß nur noch, wie heißen die nochmal, irgendwas mit Warriors, äh. Ja, ich glaube, die hießen einfach Warriors. Ich glaube, die hatten noch mehr. Oder? Oder nee, irgendwas gab es nochmal noch mit Boss, Final Boss. Final Boss, ja, Final Boss, geil. Ähm, 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 oh Gott, ja. Ja, ich weiß nicht, was mich auf jeden Fall gerade, wo du angefangen hast, über, ähm, Ding zu reden, über eSports, die ich mich gerade frage und ich hoffe, dass ich es nicht schon verpasst habe, haben nämlich gestern, oder war es vorgestern, da bin ich mir so eben nicht mehr sicher, auf Twitter gesehen, das hat Walsh irgendwas gepostet, da haben nämlich, oder ist wohl das Caster-Line-Up für irgendeinen Halo 5-Match gewesen, Walsh und T-Squared, tatsächlich. Oh. Das hätte mich echt interessiert, das hätte ich gerne gesehen. Ich hoffe, dass es noch nicht vorbei ist, weil ich es mir echt an sich gerne ansehen würde. Chris Packet. Walsh ist immer noch, ich liebe Walsh, er grinst immer so cool. Das ist so nice. Der Moderator. Naja. Keine Ahnung, ich finde, also viele der alten Spieler sind ja auch noch da, so, keine Ahnung. Die meisten sind irgendwie Caster geworden, gefühlt. Ja, der ganz alten Spieler, die sind viele Caster, aber es gibt ja auch einige, die noch spielen. Bravo, was für für 3? Keine Ahnung, es gibt aber viele der Reach, also Ende-Halo-3-Reach-Spieler, die sind halt noch da, Flamesword, Ninja und so. Ich weiß gar nicht, spielt Mikuin noch? Ja, ja, aber der hat Netzzeit irgendwie dann oft verkackt. Also bei der World Championship sind sie irgendwie rausgeflogen gegen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen. Gegen wen war denn das? Ja, also keine Ahnung, es interessiert mich halt nicht mehr so sehr alles. Aber Overwatch, da war ich jetzt tatsächlich, hab ich doch mal die Matches geguckt und da waren dann teilweise auch echt coole Sachen dabei. Und die spielen halt, es ist halt immer interessant, bei Overwatch wechselt das halt mit jedem Patch auch immer wieder, was die so spielen. Weil, ähm, aktuell spielen halt viele entweder immer noch 2-2-2 oder tatsächlich 3 Tanks und 2 Supporter und einen Damage-Dealer oder 3 Tanks und 3 Supporter, weil, ähm, Anna aktuell ja richtig gut war und die dann an den Tanks halt, die Anna-Ulti noch schneller als sowieso schon, aufladen können und dann geht's halt ab. Ja, aber es ist also, keine Ahnung, das Overwatch hat mir noch nicht so gegeben irgendwie, weil ich, kein Plan. Und Halo schau ich, ach, die World Championship war ganz cool, aber ich hab eben das Problem, was wir vorhin auch schon genannt haben, dass ich, ich bin ja eh schon immer, da überhaupt reinzukommen, ist ja eh immer so eine Sache und dann schau ich zum Teil nicht regelmäßig, weil es dann halt eben wieder zu amerikanischen Zeiten ist, wo ich halt keine Zeit habe und bla. Und, ähm, da überhaupt dann erstmal mich in die ganzen Teams reinzufinden oder mir halt irgendeinen Team-Favorit rauszupicken, oder irgendwas, für die ich halt roote. Und dann wechseln die aber durchgehend. Das kotzt mich irgendwie an, weil es gibt halt kein Team mehr, wo ich sag, ah, das ist das Team. Weil in, in, in den nächsten, in den nächsten zwei Wochen ist das Team wieder komplett anders oder gar nicht mehr da oder was weiß ich was. Und das finde ich halt einfach scheiße, weil ich halt kein Team mehr hab, mit dem ich mich irgendwie identifizieren kann oder wo ich sagen kann, also was heißt identifizieren, aber halt wo ich sagen kann, hey, das ist das Team, das ich möchte, das gewinnt. Weil es einfach kein Team mehr so an sich gibt. Es gibt halt immer wieder so Spieler, wo ich dann immer gerne dafür bin, irgendwie, weil ich Ninja zum Beispiel immer lustig fand, damals zumindest. Und in jetzt halt auch noch so ein Moment, der einen wenigen Gesichter ist, die ich so halt erkenne. Naja. Bin ich halt dann öfters mal für ihn oder so, aber das wechselt halt auch wieder rum. Also wieder irgendwie bei Cloud9, dann wieder nicht. Und, und da hab ich irgendwie, ich weiß nicht, da hab ich dann nicht den Elan, mich da reinzulesen, dass ich da irgendwie mitverfolgen würde, wer, wie das Roster jetzt jedes Mal steht. Und deswegen ist es für mich irgendwie so ein bisschen verloren gegangen. Finde ich halt auch irgendwie blöd. Aber gut, der Vorteil natürlich ist heutzutage, dass es überhaupt halt wirklich so eine konsequente Sachen gibt, dass es da Seasons gibt und bla. Und das ist jetzt alles nicht so, dass sie sich gerade so über Wasser halten können, vielleicht gerade mal so ein Turnier starten können, irgendwie wie früher. Sondern dass das halt heute alles schon auch irgendwie läuft, dauerhaft. Es ist vielleicht einerseits das Tolle, andererseits genau das, was es vielleicht auch wieder ein bisschen kaputt macht. Ja, klar. Das ist halt so die, ähm, Kommerzialisierung. Ja. Was wie bei Renn, ich hab mich letzte Zeit ja auch oft für mir so Rallye-Zeug angesehen, weil mich das auch, weil ich da immer wieder bewundern muss, wie krass einfach die Fahrer sind. Das ist einfach nicht mehr von dieser Welt. Ähm, und wo es da zum Teil auch Teamstreitigkeiten gibt, weil wenn die Leute natürlich also im Team zwei Fahrer haben und der eine Fahrer ist irgendwie erster und der andere ist zweiter, dass sie dann halt wollen zum Teil, dass der erste extra langsamer fährt, damit der zweite gewinnt, weil dann beide genug Punkte haben, um so gesagt in die nächste Season oder was weiß ich da, nächste höhere Ding halt zu kommen, damit sie halt dann zwei Autos im Rennen haben und somit halt doppelt das Werbe-Cash abkassieren können. Und dann viele Fahrer das halt zum Teil nicht machen und sagen, ja, fuck you, ich kann Erster werden, ich werd Erster und bremst dann nicht extra für meinen anderen Mitfahrer und dann gibt's wieder Streitigkeiten und bla. Das ist halt so ein typisches Beispiel dafür, dass halt die Kommerzialisierung halt Segen als auch Ärgernis ist, weil man einerseits natürlich mehr Geld hat, um überhaupt mehr Turniere und Events abhalten zu können, andererseits aber natürlich halt auch sowas kommt, wo man sich dann irgendwann schon fragen muss, ja, was ist denn jetzt überhaupt eigentlich noch der Wettkampf, wenn eh alles dann noch geregelt ist, nach den Sponsoren gefühlt. Na, naja, naja. Egal, ich glaub, damit können wir an sich auch ganz gut konkludieren. Konkludieren. Glaub ich, oder willst du noch etwas anfügen? Ähm, nee, nee. Im Prinzip ist das gut für die erste Folge von Late Night. Late Cast. In Zukunft dann Late Cast. Ja, eventuell, wie gesagt, ändern wir den Namen noch, wie wir mal sehen. Ja, mal sehen. Aber ich glaub, Late Cast ist zumindest bisher das Beste mit dem hier. Ich hatte noch tolle Vorschläge. Hallo? Können ja auch vielleicht die Leute abstimmen lassen. Haha. Das ist Sick Night Show. Oder Fresh und Fancy. Das war ja mein Favorit. Fresh und Fancy. Ich weiß nicht. Naja, egal, auf jeden Fall. Vielleicht mit Demokratie deine Meinung irrelevant machen und dann nehmen wir Fresh und Fancy. Ich will niemanden beeinflussen, aber... Kommt schon mal an, Jungs, Fresh und Fancy ist lame, ihr wisst es doch, ja? Fresh und Fancy ist ganz toll. Jetzt kommen wir vor, wir müssen so eine... So eine election-Debate haben. Oh Gott. Ja, ich bin da froh, dass Donald, der Donald jetzt quasi sich selbst endlich ins Ausgeschossen hat über mehr. Ach so, das letzte kam noch mal so ein Tweet irgendwie davon. Also langsam fühle ich mich safe, dass er nicht gewählt wird dann jetzt im November. Ja, ich meine, im Großen und Ganzen ist es eh Pest und Cholera, aber... Naja. Naja, also sie ist schon deutlich weniger schlimm als er, dementsprechend. Ja. Ist das vielleicht nicht schön, aber immer noch besser, deutlich besser. Ja. Ja, keine Ahnung, mittlerweile, ich hab's irgendwie aufgegeben, da... Ich hab's noch nicht mal verfolgt, ich weiß gar nicht, was momentan steht, aber in letzter Zeit soll er irgendwie noch irgendwas über Frauen gesagt haben. Ja, und irgendwie, der hat sich mehr durch mehrere Aktionen halt irgendwie fatal ins Ausgeschossen, was gut ist, was gut ist. Naja, okay. Jetzt. Bis zum nächsten Mal, schätze ich. Ja, das war's, könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und so. Ja, Anregungen, Vorschläge. Zu diversen Themen. Ja, Anregungen, Vorschläge. Oder halt auch zum Format, zum neuen Format. Ja. Genau. Gibt's natürlich auch wie immer als Podcast auf iTunes und über unseren Blog und Kram. Ja. Und ja, Links in der Description, down below, yo. As usual. Okay. Gut. Dann danke fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.